Ich dürfte tot sein. Grundfall hat zu sterben, hat sich tot gelacht. Er ist tot. Ja. Wenn ich's aufs Hande, er ist nicht tot. Irgendetwas stört mein Signal. Ich muss herausfinden, was es ist um das Abschalten. Ja, da läuft er noch. Und ich schätze mal, der trägt einen Störsender. Genau, komm mal hoch, der malt dich platt hoch. Der Bürger weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er Sionis oder sonst jemanden tötet. Ja, nie ist in Ordnung. Gleitritt? Ist er bescheuert? Ich kann ihn nicht finden, Mann. Er ist nicht hier. Ich kann ihn nicht finden. Ich kann ihn nicht finden. Was war das? Hier ist da jemand. Nein! Nein! Jawohl. Hier ist jemand. Hey! Hey! Ich drück die F-Taste wie ein Wahnsinniger und nicht reagiert! Oh! Oh! Schokolade! Hey! Ich könnte es... Ich kann es nicht glauben! Ja! Voll! Leck mich! Das Schwere ist noch nicht mehr feierlich, ey! Ja! 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 Ich weiß! Ja! 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 Ich weiß! Ja! Warte mal, wir werden doch mal langsam die kugelsichere Weste holen, ne? Äh, ich denke da war es, ne? Ne, war es nicht. Äh, was ist denn das? Nachkampfverbesserung. Das ist nicht. Das ist ja auch nicht. Äh? Wollt ihr mich irgendwie zufällig verarschen? Grundlegende Steuerung. Ich sag mal, wie kann man denn an den Panzer ran? Kampferbesserung. Dauert nicht. Dauert nicht. Ähm. Nö. Ich glaube es einfach nicht. Wie kommt man an diesen scheiß Panzer ran? Kugelsicheren Panzer. Das kann doch noch nicht wahr sein. Was ist denn mit dem Infos zusammenfassen? Es ist doch nicht feierlich, oder? Hä? Aber bin ich bescheuert, oder was? Und da ist nur die Steuerung. Also mal ganz im Ernst. Fallaktenbericht Gotham Infos. Ne. Was ist die Karte? Beschützer Gothams. Also mal ganz ehrlich. Es ist zum Raiyan. Wieso zum Geier? Ach hier. Mensch, da ist er doch. Ja. Erst einmal. bei Der Sturm von ihm weiß, dass ich die Explosion überlebt habe. Ich muss mich beeilen, bevor er saion ist oder sonst jemand. Ja ja ja. Das mache ich gleich. Oder vielleicht wird der genauso blinz wie blöd. Nee, Sprunghandschriff mache ich auch nicht. Ich kann dich nicht finden, Mann, der ist nicht hier. Ich kann dich nicht finden, der ist nicht hier. Ich will mich nicht verstecken, ich will mich nicht verstecken, ich will nicht. Ich kann dich nicht verstecken, ich will nicht. Ich kann dich nicht verstecken, ich weiß nicht, Kollege. Oh, komm doch! Ahaha, ich weiß nicht, ich will nicht. Ich verprüß jemanden, hey! Schon wieder, kann mir jemand hier drüben helfen? Bravo. Bravo. Ohohoho! So, neuer Kampfverwässerung? Nee. Ja. Ich will die aufsteigen. Das schwölt. Jo, ehrenhaft und ich bin. Ist das doch immer... Wow! Nee, nee! Ja! 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 Geh mal, komm mal her, hier. Ein Gegner noch Hör auf! Hey! Stop! Wo will der Joker hin? Der Typ ist krank, Mann! Hat ein Viertel von Black Masks Männern ermordet, weil sie nicht machen wollten, was er sagt! Wenn du ihr Schicksal nicht teilen möchtest, rede! Er hat irgendwas vom Stahlwerk gesagt! Das gehört zu uns! Jetzt gehört es dem Joker! Und da kommst du nie im Leben rein! Behalt deine Meinung für dich! Alfred, such mir die Baupläne für das Stahlwerk von Sionis Industries! Der Joker hat Sionis dahin gebracht! Er wird ihn töten! Es sei denn, ich bin vor ihm da! Dieser Joker klingt gefährlich! Er hat Black Masks Geschäfte übernommen und alle Ermorde, die sich ihm nicht anschließen wollten! Er hat die Killer angeheuert! Dann muss er auch hinter dem Bombenattentat auf das... ...die Steckendung an die Güte! Sollte das sich lieber die Polizei übernehmen! Keine Chance! Keine Chance! Er gehört mir! was denn da schönes wehste da kommen wir jetzt auf jeden fall raus ich glaube das war es eigentlich schon hier das ist ja ein interessanter Weihnachtsbaum pff das Lachen war eine Nebenwirkung des Gifts sie hat nicht gelacht sie lag im Stern hätte ich gewusst dass sie vergiftet wurde hätte ich sie vielleicht retten können ja das war Lachgas war mir schon gleich klar na gut aber wenn das Feuer nicht gewusst hast dann hättest du es auch nicht retten können da ist nichts weiter aber gut also nicht ich schätze ich mal dass da eine Stadt da ist ja 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 jetzt sag nicht ich soll die Typen da alle machen ja 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 ja